Okay, lauf, 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 lauf. Tschüss. Oh, ich schicke wie schnell das ist, Digga. Zieh, Junge. Wohin, wohin. Ich mach das jetzt mit Geduld einfach. Ich geh jetzt von Teil zu Teil einfach. Ja, mach ich grad auch. Juckt mich null, Alter. Mach ich jetzt. Er sagt, mach ich jetzt auch und stirb dann so an mir vorbei, Digga. So, Freunde, bevor das Video losgeht, würde ich euch gerne fragen, ob ihr meinen Creator-Code eintragen könnt. Hier unten rechts auf Unterstützer einen Creator. Klickt hier rauf, gebt meinen Creator-Code ein. A-A-N-D-A-E-Y-T, Freunde. Klickt auf annehmen. Kuss geht raus, Freunde. So, Freunde, wir haben auch die 30.000 Abonnenten geknackt. Jetzt ist das neue Ziel 40.000. Und das kann ich nur mit eurer Hilfe erreichen. Ich will dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten erreichen, Freunde. Ein Riesenziel, was ich nur mit eurer Hilfe erreichen kann. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und viel Spaß mit dem Video. Let's go! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Okay, mach nochmal. Wo hast du gewonnen? Okay. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute spielen wir ein Tsunami Escape, ja? Ich habe gesehen, das haben viele gefeiert früher. So bei Minecraft-Zeiten und so. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch ein Tsunami Escape mit, ähm... Kitschwanz! Was machen sie da unten? Was geht ab? Digga, warum bist du so? Immer werde ich gemobbt in meinen Aufeln. Okay, Freund. Jetzt stirbst du, Alter. Ich habe Spawnschutz, Alter. Komm her. Komm her, Alter. Okay. Wollen wir starten, oder what? Let's go. Warum hast du ein Skateboard mit, Digga? Oder weil ich Skater bin. Ach so. Okay. Können wir jetzt endlich anfangen? Okay. Okay, wir fangen an. Okay, wir sind bei Level 1, Freunde. Das Wasser steigt und... Das darf man nicht machen. Ich wollte euch mal zeigen, wie es nicht geht. Kranke Sachen da hinten? Uff, das war unnormal knapp. Nein, nein, nein. Was mache ich? Okay, Freunde. Ich darf mich hier nicht peinlich machen. Wisst, ich bin Parcourmeister. Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft. Jetzt gehen wir hier rauf. Bett kann man nicht kaputt machen. Ist kein Bedwurst. Okay. Warte mal. Wieso ist hier Dings? Wieso ist hier eine Wand? Uh. Okay, ich habe einen Stein der Weisen gefunden. Kid Malf, bei mir. Warte, wo bist du? Oh, okay. Man muss hier rüberspringen. Alles klar. Ah, okay. Harry Potter hat ihn hier gelassen, damit ich ihn finde. Aber komm mit... Hörst du auf? Hörst du auf? Bitte. Du Frauenschläger. Ey. Komm her. Ich krieg dich. Niemals. Ich kriegst du zurück von vorne. Digga. Nein, ey. Ich will nicht alles von vorne machen. Okay, komm jetzt. One on one, Digga. Komm. Viel Spaß. Warum bist du so gemein? Ähm. Jetzt geh weg, Digga. Geh weg. Hör auf. Ich mach dich nur einen Schlag. Ich mach dich nur einen Schlag. Ich schwör. Okay. Damit... Ey, warte mal, warte mal, ich hab was gefunden. Warte, warte mal. Hä? Freunde, so macht man Maps. Man fightet einfach gegeneinander und treut sich die ganze Zeit. Ey, hau. Wir kommen trotzdem voran. Wir kommen einfach voran. Okay, ist hier noch was oder ist es nur die Impulsgranate? Ist nur die Impuls. Okay, Freunde. Mit dem kommen wir raus. Oh je. Hast du es geschafft? Nein. Oh, warte mal. Müssen wir auf den Kran da rauf und dann auf das Ding? Ja. Okay, ich bin auch woanders hingeflogen. Kurz Weltreise gemacht. Äh? Von hier, ne? Ja. Einfach nur rausspringen. Voll easy. Okay. Boah, wäre ich eine Minute, eine Sekunde zu früh gesprungen, hättest mich gerade weggenockt. Komm schon. Okay, wir haben es geschafft, Freunde. Oh shit. Zwar haben wir uns nur getreut und gegenseitig uns geschlagen, aber wir haben es geschafft. Oder? Ja. Jetzt wird es krass. Oh nein, warte mal. Wir haben nur 100 Sekunden Zeit dann, ne? Ja. Okay, Freunde. Wir haben 100 Sekunden Zeit. Das Feuer macht uns einen Schaden. Oh, ey, wir sehen es doch schon. Wie? Nee, wir müssen... Der Steine Weisen. Ja, ja, aber wir müssen noch escapen. Ach so, ah. Der Steine Weisen ist nur Nebensache. Bist du bereit? Ja, let's go. Okay, 3, 2, 1, go. Ah, Freunde, ihr seht schon, wir kriegen Schaden. Wir müssen uns beeilen. Ich will den Steine Weisen. Okay, ich habe den mitgenommen. Ich auch. Let's go. Digga, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Safe hier oben ins Haus. Hä? Das Bettbrett. Nee, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist nichts. Keine Decke. Aber hier ist einfach eine Toilette. Hier ist einfach eine Toilette. Okay. Digga. Digga, ich hasse sowas, ne? Wenn ich Zeitdruck habe, ich kriege gar nichts mehr. Mein Gehirn setzt komplett aus. Richtig schlimm, Junge. Digga, wo könnte das sein? Es muss irgendwo eine Ecke sein. Warte mal. Okay, doch nicht. Ich dachte hier rauf. Ey, hier ist nicht tanzen. Hier darf man nicht tanzen. Lass mal Dings. Komm mal hier durch. Okay, okay, wir haben es geschafft, Freunde. Ah, lol, was? What the fuck? Aber das war ein bisschen zu easy. Das war ein bisschen zu easy. Was steht da? Was steht da? Okay, das nächste ist Tsunami. Jetzt kommt ein Tsunami. Wir müssen einen Tsunami schlagen. Okay, wir müssen jetzt vor dem Tsunami... schlagen. Ja, wir müssen vor ihm flüchten, Freunde. Okay. Okay. Warte, warte, warte. Wir müssen gleichzeitig los. Ja, wie beim Stranger Things Lied. Genau. Okay. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, go. Tschüss, Digga, lauf. Hä? Wohin? Ich bin jetzt schon verreckt. Ich bin einfach gegen die Wand gelaufen, Digga. Das hat mich auch nochmal verwirrt. Du bist auch gestaunt, ne? Jetzt hat mich auch richtig schön mitmenschingen gelaufen. Okay, wir müssen da ins Wasser rechts, ne? Okay. Okay, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Go. Tschüss, ich krieg 50 Schaden oder so. Äh, ey, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich wollte nur eine entspannte Escape-Map spielen, Mann. Jetzt kommen wieder irgendwelche Deathrun-Scheiße, Mann. Aber das ist übel, Geil. Okay, also wir müssen rechts und dann links, oder was? Ja. Okay, drei, zwei, eins, go. Oh mein Gott. Okay, lauf, 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 lauf. Tschüss. Oh, wie schnell das ist, Digga. Zieh, Junge. Wohin? 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 Renn, 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 renn. So, Freunde, wir probieren es jetzt nochmal hier. Ich jump jetzt einfach mal. Genau. Okay, warte mal. Ich glaube, wir sind gut, wir sind gut dran. Ja, Mann, ich hab's geschafft, Digga. Endlich. Holy shit. Okay. Was ist das? Ein Dropper, oder was? Ja. Ich jump jetzt einfach. Yolo. Hä? Alter, wie weit, wie tief geht das? Ja, deswegen ist es ja kein Dropper. Ich glaube, das geht gar nicht so einfach durchhassend. Es geht schon zu einem großen Punkt. Glaubst du? Ja. Okay, aber ich weiß gar nicht, wo man hin muss. Also, ich weiß gar nicht. Oh, nee. Hä? Wo muss ich denn raufspringen, wenn man unten angekommen ist? Ich mach das jetzt mit Geduld einfach. Ich geh jetzt von Teil zu Teil einfach. Ja, mach ich gerade auch. Juckt mich null, Alter. Man darf halt nicht einfach nicht ungeduldig werden. Dann geht das. Mach ich jetzt. Er sagt, mach ich jetzt auch und stirb dann so an mir vorbei, Digga. Okay, ich hab den Stein der Weisen gefunden. Okay. Och, nee, bitte nicht. Okay, Freunde. Wieso ist es so schwer? Wieso ist es so schwer für mich? Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ich dachte, dieser Tsunami wäre schon Abfuck. Aber das ist ja noch mehr Abfuck. Okay, wo müssen wir jetzt landen, ohne zu sterben? Wir müssen auf dieses komische Schild hier. Okay, und jetzt auf die Ampel. Aha, das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Okay, 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 okay. Jetzt auf die Ampel da drüben. Ja, ja. Und jetzt auf den Container. Okay, Freunde. Wir sind richtig weit. Wir sind richtig weit. Jetzt muss ich einfach nur nicht abrutschen. Hier unten rauf. Ich hab noch 20 Leben, Digga. Bitte. André, bitte. Oh mein Gott, wohin? Ich hab's geschafft, glaub ich. Ja, Mann. Ich hab's geschafft. Holy shit. Ich dachte, ich falle in die Lava und sterbe, Freunde. Aber man kriegt ja immer so einen Schaden die ganze Zeit, wenn man in der Lava ist. Okay, okay, Freunde. Kid Maeve versucht's noch ein bisschen. Ich kann ihn gut verstehen. Das war übelst trieben anstrengend. Und wir machen jetzt erstmal hier weiter. Oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Holy. Okay, aber wo muss ich hin? Ich hab nur noch 20 HP, Freunde. Das wird kritisch. Aber wir gehen jetzt hier in die Lava rein. Und bouncen einmal. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Okay. Hier sind vier Items versteckt, Freunde. Wenn wir die alle haben, dann können wir escapen, sozusagen. Stand da oben gerade. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Stein der Weisen. Ähm. Ja. Er macht einfach eine Tür, ne? Ja. Er macht eine Tür außerhalb der Map. Okay, Freunde. Vier Items. Ein Stein der Weisen haben wir schon. Wir müssen jetzt noch die anderen drei finden. Also wenn ich's richtig verstanden hab, hoffentlich. Ey, leg mir doch die... Diese Map. Was ist das hier unten? Guck mal, da unten geht's auch weiter. Gehen wir mal hier unten rein, Freunde. Wir machen bouncen jetzt nochmal einfach hier rum. Wenn wir sterben, ist ja egal. Was ist da? Was ist da? Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Okay, okay. Wir haben eine Trap. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Falle schon. Das heißt, wir müssen wirklich vier Items finden und nicht nur vier Steine weisen. Hier ist ein Turm. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. 100%. Natürlich nichts. Weil ich gesagt hab, hier muss unbedingt was sein. Oh, warte mal. Hier. Ah. Sag ich doch. Okay, dann gehen wir mal hier rauf. Und jetzt? Ich bin irgendwo oben, Freunde. Und hier geht's wieder runter. Okay, also das war nur... War nur kurz... Only... Wir dürfen hier nur rein, wenn wir vier Items haben. Okay, also brauchen wir die vier, um weiterzukommen. Okay, Freunde. Nochmal. Wir haben in der Lava was gefunden und da hinten ein Bouncepad. Da müsste doch eigentlich so vom rein rechnerischen her müsste hier noch was sein in der Nähe. Oder hier auf dem Haus. Aber wie sollen wir da raufkommen, ist die Frage. Oder hier im LKW? Auch nichts. Oh, warte mal. Hier ist so ein Wasser-Ding. Okay, man kommt damit auf den LKW rauf. Guck mal, du kannst hier auf das Wasser-Ding. Ja. Und dann kannst du hier auf den LKW rauf und dann kommst du hier oben rauf. Okay, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo hier dieses Pad ist, was wir brauchen. Sieht nach einem Jump'n'Run aus oder so. Ah, hier vielleicht rauf auf den Stein. Geht das? Hey. Warte. Naja, sieht schwierig aus. Warte mal, was ist hier? Nee. Kommt man auch nicht rauf, oder? Da sind Reifen. Oh mein Gott. Aber wie geht das? Wie geht das? Au, okay, warte mal. Ich hab's. Hast du's, hast du's? Ja, hab's. Digga. Ja. Ich hab das letzte Item gefunden. Wo denn? Hinterm Vulkan. Guck mal, ich hab bei der anderen Seite vom Vulkan geguckt, aber hier nicht. Und jetzt bin ich gerade so rumgebounced, weil Überlegung halt einfach ohne nachzudenken. Und ich hab's einfach gefunden. Okay, wir haben jetzt alle vier Items. Jetzt müssen sie wahrscheinlich an der richtigen Stelle anplatzieren und dann können wir es capen, würde ich sagen. Freunde! Tschüss. Danke. Äh, jetzt müssen wir da auch hochkommen. Okay, jetzt kommt der Speedboost. Den hab ich auch. Bist du bereit? Ja. Tschüss. Danke. Und jetzt Eis. Und jetzt Eis. Okay, 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 okay. Okay, das sieht ja nicht wirklich schwer aus. Oh mein Gott. Digga. Warte. Jetzt kommt das Geschütz. Ich hab's gesetzt. Ich geh rein. Schieß ihn ab. Tschüss. Nice. Okay, Freunde. Ich glaub, das ist das Ziel, oder? Und jetzt? Doch mal bei uns, Bad. Ey, warum hast du auch eins? Wir haben's endlich geschafft. Nein. Oh man, ich wollte auch grad eine Waffe nehmen und dich killen. Okay, Freunde. Wir haben's endlich geschafft. 40 Minuten Aufnahme. 40 Minuten Aufnahme. Dafür will ich 3000 Likes auf diesem Video sehen, Freunde. Wenn's euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Und checkt Kidnave in der Beschreibung ab. Braucht ihr eh nicht, weil ihr kennt ihn sowieso alle. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss.